Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Cella und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Gold-Tagebuch mit einem Update, was ich so die letzten zwei Wochen an Gold eingenommen habe, wo ich investiert habe, was wir so gemacht haben und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich habe das Format jetzt von einem einwöchigen auf ein zweiwöchiges gemacht, denn es wird gerade so ein bisschen slower mit dem Gold machen, einfach, ja, weil wir ein bisschen weiter in der Expansion sind. Ich mache ja hauptsächlich mein Gold über das Auktionshaus und da über die Legendary-Gegenstände und der Markt ist jetzt so ein bisschen gesättigter. Die Preise spielen nicht mehr ganz so verrückt wie am Anfang vom Add-on, wo man doch viel, viel mehr für einen teilnehmen konnte. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein, was wir über die letzten zwei Wochen so gemacht haben. Und da sind wir als erstes bei meinem Main und mit dem haben wir ein paar blaue Items verkauft. Und ihr seht schon, das ist jetzt nicht das große Gold, 265.000 wird angezeigt, 15 Sachen sind noch drin, also da kommt noch ein bisschen was. Und bevor wir das aber jetzt auslernen, schauen wir, was wir quasi als Start haben. Wir haben jetzt hier auf dem Main-Account 4 Millionen Gold noch und auf dem Second-Account haben wir noch 28.770.000, also 28.770.000, so rum. Und das habe ich jetzt hier schon mal aufgeschrieben. Zusammen sind das noch 32.777.000 und, ne, 32.777.000, so rum, große Zahlen, schwierig und so. Und ja, wir hatten letzte oder vor zwei Wochen sind wir bei 43 Millionen und ein paar zerquetschten quasi stehen geblieben. Heißt, wir haben jetzt so 11 Millionen Pi mal Daumen ausgegeben für, ja, verschiedenste Sachen. Ich habe mir zwischendrin auch ein paar Transmog-Sachen gekauft, das sind aber eher Peanuts. Aber hauptsächlich haben wir diese 11 Millionen investiert in rohe Materialien, haben die umgewandelt und verkauft. Und mal gucken, was wir jetzt da quasi rausziehen. Ich hoffe, wir haben Gewinn gemacht. Achso, als kleine Erinnerung habe ich mir noch aufgeschrieben, ich habe Alchi und Inschriftenkunde gelevelt. Das hat mich zusammen 69.000 gekostet, muss ich sagen, ist relativ günstig. Also ich habe Inschriftenkunde quasi Shadowlands von 0 auf max gelevelt und Alchi auch, war nicht sonderlich teuer. Ich habe mit den beiden Berufen noch nichts an Gold gemacht. Ich habe die Sachen, die ich zum Leveln benutzt habe, einfach wieder ins Auktionshaus geschmissen. Und mir fällt gerade auf, ich habe sie in den zwei Wochen nur ein einziges Mal ins Auktionshaus geschmissen. Also keine Ahnung, ob ich da überhaupt was davon verkauft habe. Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen Gold rein. Eigentlich sollte ich die Items auf irgendeinen Charge schicken, mit denen ich aktuell regelmäßig Sachen verkaufe. Wäre vielleicht sinnig, aber können wir nachher mal noch reingucken. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mit meinem Main kurz durch und schauen einmal rein. Also hier haben wir jetzt 115 von diesen blauen Sachen verkauft. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das große Gold, aber nochmal 200, 300.000 mitnehmen ist, denke ich mal, eine nette Sache. Die können wir schon mal rausnehmen. Ich habe hier, ich glaube, über die letzten Tage bin ich versehentlich mal hier draufgekommen und habe schon ein bisschen was rausgenommen. Vielleicht so 20 oder so habe ich von denen schon rausgenommen. Also es war tatsächlich ein bisschen mehr, aber naja, nicht viel, viel mehr. Die meisten Sachen sind tatsächlich Schmiedekunst-Items. So im Leder verkaufe ich eigentlich nicht so viel. Da ist der Markt einfach so übersättigt, dass Leute die Sachen für teilweise 600, 700 Gold reinhauen. Und da sind die Gewinnmargen einfach zu gering, dass sich das für mich rentiert, irgendwo Sachen einzustellen. Teilweise sind wir sogar im Minusbereich und dann brauche ich in den Markt gar nicht reingehen. Aber die Sachen, so ein bisschen was verdiene ich da tatsächlich schon noch dran. Gut, da haben wir jetzt mal knappe 300k rausgezogen, 301k sind es sogar. Ist nice to have, aber nicht das große Gold. Das große Gold kommt jetzt mit meinem anderen Char. Und zwar verkaufe ich ja mit dem die Legendary-Teile. Und das ist halt von Stoff, Leder, Kette und Platte alles querbeet. Da habe ich mir alles auf Rang 4 gelevelt. Und hier haben wir tatsächlich 600 Items drin. Und ich würde sagen, wir gucken da einmal rein, was wir da so rausziehen. Wir sind jetzt hier, jetzt muss ich mal kurz gucken. Goldtechnisch haben wir bei dem jetzt noch eine halbe Million, ein halbes Goldcap, knappe 5 Millionen. Ich denke mal, da müssen wir nachher ein bisschen Gold hin und her schicken, würde ich mal vermuten. Ich würde sagen, wir nehmen das mal raus und gucken mal auf wie viel wir kommen. 2,5 Millionen werden hier schon angezeigt für die ersten 100 Post-Sendungen quasi. Und ihr seht schon, hier ist alles mögliche dabei. Also Sachen von 10k, 16k, 63k, 46k. Ich muss halt sagen, in den letzten zwei Wochen sind die Preise tatsächlich teilweise richtig gejumped. Und vor allem beim Hornbike. Der Hornbike, der war ja Anfang des Addons bei 2.000 Gold. Dann ist er runter irgendwie auf knappe 1.000. Jetzt die letzte Woche war er teilweise unten auf 400 Gold. Dann ist er wieder auf 1.000 hoch. Dann wieder so auf 600 runter. Dann auf 500 runter. Dann wieder auf 800, 900 hoch. Teilweise kaufe ich halt, wenn ich einmal nachcrafte, mal 2.000, 3.000 Hornbike raus. Weil ich einfach so viele brauche, um die ganzen Sachen wieder herzustellen. Und ich bin da sicher nicht der Einzige auf Antoniners. Und der Markt ist einfach, gibt nicht so viel her, dass du, wenn du immer solche großen Bestände rausnimmst, dann bist du halt auch teilweise mit dafür verantwortlich, dass der Preis sich so krass ändert. Weil dann natürlich alles rausgekauft ist und dann ist man wieder auf einen höheren Preis. Und es gibt natürlich auch Leute, die absichtlich dann den Preis hoch resetten und solche Geschichten. Es ist dann immer ein bisschen schwierig, was zu craften, wenn die Preise so krass schwanken und die Gewinnmarge nicht so hoch sind. Weil wenn man dann teuer Leder kauft und dann konkurrieren muss mit welchen, die es vielleicht vorher billig gekauft haben, dann bist du vielleicht schon im Minusbereich. Und das ist immer ein bisschen ätzend. Deswegen muss ich gucken, ob wir überhaupt großartig Plus gemacht haben. So, jetzt haben wir schon mal einiges rausgenommen. 200 Maze haben wir rausgenommen. Ein halbes Gold Cap haben wir damit gemacht. Jetzt muss ich das mal rüber schicken, dass wir hier nochmal mehr rausnehmen können. Jetzt gucke ich gerade mal, was kann denn der Char hier noch vertragen. Also der hat jetzt knappe 4 Millionen Gold. Dann schicke ich dem Main noch ein bisschen Gold rüber, hätte ich gesagt, dass wir hier noch ein bisschen Platz haben. Schicken wir 4 Millionen 900 Tausend. Jetzt muss ich bloß gucken, dass wir mit den Nullen hinkommen. Also 4 Millionen 900 Tausend Täler, das müsste der Richtige sein. So, dann können wir nochmal 500 Tausend rausnehmen. Machen wir hier nochmal 500 K raus. Jetzt muss ich bloß ganz schnell switchen und das hier einmal rausnehmen. Dass wir danach... Oh, ich hätte noch eine Million mehr schicken können. Okay. Das war jetzt nichts. Ich muss da nochmal eine Million rüber schicken. Ich hätte ja nicht 5 Millionen, sondern nur 4. Ich hätte 5 Millionen 900 Tausend schicken können. Haben wir uns ein bisschen vertan tatsächlich. Aber ihr seht schon, overall sind die Preise runtergegangen. Ich habe jetzt hier sehr wenige Items, die über 50.000 Gold sind. Geschweige denn von 100 K. Jetzt vor ein paar Wochen waren noch sehr viele Ledersachen. Vor allem Rang 4 Brust oder Kopf, solche großen Items. Die waren teilweise noch bei 100.000, 120.000 Gold oder mehr. Und dementsprechend auch die Herstellungskosten. Da waren die Herstellungskosten bei 95.000 Gold. Wenn ich das Zeug nicht über 100.000 verkauft habe, habe ich gar keinen Gewinn gemacht. Ich muss ja dann immer noch diese Marge einbrechnen, was man an Kosten hat, was das Auktionshaus schluckt. Das sind immer diese 5%. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute, die im Auktionshaus unterwegs sind, gar nicht wissen, dass es noch eine 5% Marge gibt. Und vor allem bei hochpreisigen Items ist es sehr, sehr relevant, dass man das beachtet tatsächlich. Sonst hat man halt einfach das Problem, dass man Minus macht mit jedem Item. Und ich sehe das bei so vielen Items im Auktionshaus, so im hochpreisigen Bereich, wo diese 5% Marge halt mehrere tausend Gold ausmachen können. Und da Leute dann das so knapp reinhauen, dass sie damit sogar Verlust machen. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt mitkalkulieren. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mir scheint es zumindest so, ob sie das nicht tun. Okay, hier haben wir dann die Millionen noch. Dann sind wir mit dem auch wieder schön knapp am Cap. Und alles, was jetzt quasi weiter reinkommt, müsste dann schon im Plus-Bereich sein. Jetzt können wir noch ein bisschen was rausnehmen. Weil ich habe diesmal tatsächlich nichts von den anderen Twings rüberschicken müssen. Schlichtweg, weil das Leder jetzt nicht mehr so teuer ist, haue ich nicht mehr das Gold Cap drauf. Die letzten paar Male war es ja so, dass ich teilweise 20 Millionen investiert habe und dann nochmal von meinen Reservecharts was rüberschicken musste. Das ist jetzt gar nicht mehr notwendig. Die Herstellungskosten werden niedriger, die Verkaufspreise zwar dann auch, aber im Endeffekt wälzt sich nicht mehr so viel Gold um. Es ist ja nur Umsatz und nicht Gewinn. Okay, jetzt haben wir hier die 33 Millionen wieder drin. Wir haben aber trotzdem noch 145 Mails. Das wird dann mein Gewinn tatsächlich sein. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir noch ein bisschen was wegschicken. Und zwar würde ich sagen, schicken wir nochmal 4 Millionen auf irgendeinen Twink rüber. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich noch Platz habe. Also, wir haben Gold Cap of Francis Drake. Wir haben auf den Männchen Gold Cap und auf dem Täler. Achso, ich muss einen neuen Char anfangen. Tja, auf welchem schicke ich jetzt als nächstes noch Gold? Ja gut. Schon alle voll, ne? Dann nehme ich mal noch den Monkeys oder so. Ach nee, ich nehme den Amundila. Den muss ich jetzt bald eh noch Gold schicken, weil ich auf dem die letzten zwei Berufe noch hochskillen will. Amundila, jetzt muss ich... Wir machen das lieber hier auf Save, ne? Nicht, dass wir 4 Millionen Gold irgendwo reinwasten. So, sind das jetzt 4 Millionen, oder? Ja, Amundila, das müsste der richtige Char sein. So, jetzt nehmen wir hier den Rest noch raus. Gut, schauen wir mal. Also, es müsste jetzt eigentlich reichen, dass ich das noch rausnehmen kann. Ohne, dass wir ans Cap kommen. Jetzt habe ich mal großzügig ein bisschen mehr weggeschickt. Sind ja 2,5 wurden angezeigt, plus noch einen halben Postkasten. Das wird wahrscheinlich noch mal knapp eine Million sein, ne? Dann sind wir bei 3 irgendwas oder so. Und dann müsste man noch ein bisschen Platz haben. Achso, ich werde noch auf andere Charts rüberlocken. Wir werden nämlich noch ein bisschen was anderes uns angucken. So als kleines Goodie quasi. Jetzt sind wir hier bei 800.000. Ja, doch, das geht auf. Das geht auf. Es sind halt viele kleine Beträge, ne? Aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Es sind leider nicht mehr diese ganz großen Würfe. Aber overall kriegen wir da auch ein bisschen was zusammen. Okay. Haben wir hier knapp nochmal ein Gold Cap. Oh, hier wollte anscheinend irgendjemand noch sowas haben. Können wir einmal weghauen. Okay. Dann sind wir jetzt hier schon mal. Achso, ich habe das weggeschickt. Ja, stimmt. Ich muss das erst aus dem Postkasten nehmen. Gut. Dann loggen wir hier einmal um. Und zwar muss ich jetzt auf 3 Charts muss ich overall nochmal umloggen. Und zwar loggen wir jetzt einmal auf den Teller um. Da habe ich nämlich jetzt auch wieder angefangen ein bisschen was zu verkaufen. Und während wir da umloggen, kann ich hier eigentlich schon mal nochmal neue Werte eintragen. Genau. Der hat jetzt wieder 10.201.000. Kann ich jetzt hier eintragen. 10.201.000. 10.201.000. Das passt jetzt schon wieder. Und mal gucken, was wir hier Plus gemacht haben. Wahrscheinlich so um die 3, 4 Millionen, schätze ich mal. Mein Ziel ist es ja, so Pi mal Daumen auf die 50 Millionen jetzt wieder zu kommen. Und dann werden wir wieder ein paar größere Investitionen tätigen. Heißt, wir werden vielleicht wieder ein bisschen im Black Market unterwegs sein. Wir werden vielleicht wieder das ein oder andere Transmog auf anderen Reams kaufen und solche Sachen. Da habe ich mich ja jetzt erstmal so ein bisschen zurückgehalten. Weil ich halt erstmal wieder ein bisschen einen guten Grundstock aufbauen wollte. Und dann erst wieder quasi Gold verjubeln will. So. Also jetzt sind wir einmal umgelockt. Hier auf meinen Night Fade Char. Und zwar ist das der Char, der halt so einen Haufen Crabzeug im Auktionshaus hat. Da können wir jetzt einmal reingucken. Und das versuche ich jetzt wieder regelmäßiger zu verkaufen. Seht ihr? Also der hat hier von irgendwelchen uralt Transmog-Sachen über auch irgendwelche Pets und aber auch einen Haufen Matts. Sowohl alte Matts, die ich noch rumliegen habe, als auch viele neue Matts. Und was vor allem halt am besten weg geht, sind neue Matts. Ihr seht, also das sind viele neue Matts-Geschichten. Und ich kriege mir die ganzen Charts, mit denen ich halt Anima farme und Worldquest mache, bekomme ich halt relativ viel von diesen neuen Matts. Da gibt es ja auch so bei diesen Conduit-Geschichten so Anhänger, so Soulbinds, wo du dann Conduit auswählen kannst, die dir, ja, so Säcke immer bringen. Da kriege ich so viele Mattsachen rein mit den ganzen Charts. Und ja, das ist halt Kleinviechzeug, ne? Aber es summiert sich halt auch zusammen, ne? Und zwischendrin seht ihr, hier habe ich irgend so ein altes Muster verkauft für 36.000 Gold. Da haben wir irgendwelche Runen, ach, das sind die Vantus-Runen, ne? Die neuen habe ich verkauft für 8.000 und dann halt ewig viel so kleinen Krampfzeug, ne? Ab und an verkaufst du dann noch ein Transmog-Teil für ein paar hundert oder für ein paar tausend Gold und dann kommt schon was zusammen, ne? Das ist halt alles irgendein Mistzeug, aber auch mit dem kann man ein bisschen Gold verdienen. Schmeiße ich dann alle, also ich glaube, die Sachen habe ich sogar 48 Stunden drin, weil ich die nicht immer wieder neu einstellen möchte. Gucken wir mal, was haben wir da rausgezogen? Das will er irgendwie nicht rausnehmen. Komm, das kannst du auch noch. Das hier, die 77 Gold, das können wir weghauen. Da haben wir jetzt auch nochmal 68.000 Gold rausgezogen. Ist nicht der große Wurf, aber ja, besser als nichts. Also jetzt sind wir natürlich mit dem auch bei deinem Gold-Cap. Eventuell schicke ich mit dem auch nochmal was weg, sonst kriege ich Probleme mit dem Gold rausnehmen zum Ammon-Dealer. Da habe ich ja, ne? Machen wir lieber so, nicht, dass das wieder schief geht. Schicken wir mal 300.000 oder so weg, ne? Dann sollte der Char für die nächsten paar Wochen jetzt erstmal kein Problem haben. Wie gesagt, das große Gold machen wir ja damit nicht, aber zumindest, dass der da ein bisschen Platz noch hat. Genau, also das wollte ich jetzt halt immer noch gucken, ne? Dass wir das auch noch mit rausnehmen. Ich habe theoretisch auch noch Chars auf anderen Servern, wo ich auch so Zeugel drin habe oder hauptsächlich auch noch alte Sachen aus BFA. Ich hatte ja vielleicht, wenn ihr schon länger bei den Gold-Jager-Büchern dabei seid, wisst ihr, dass ich in BFA auch unterwegs war und auf verschiedenen Servern verkauft habe. Unter anderem war ich auf Ereda, ich war auf Equin, ich war auf Blackmore und auf Lothar unterwegs und habe da auch verschiedene Chars gehabt, die halt die ganzen Berufe bedient haben und habe da Zeug verkauft, ne? Und da ist so ein bisschen was übergeblieben. Also ich habe nicht alles abverkauft und das Zeug bin ich jetzt so nach und nach ein bisschen am loswerden. Habe da aber teilweise auch noch irgendwelche alten Pads, habe da teilweise noch irgendwelche Rezepte und andere Transmog-Sachen, die verkaufe ich auch noch, aber das mache ich halt sehr, sehr sporadisch im Moment, weil ich halt in Shadowlands relativ viel zu tun habe und komme da jetzt eigentlich noch nicht zu, dass ich da täglich oder alle paar Tage, sondern das einmal, vielleicht zweimal im Monat oder so, schaue ich das Zeug rein, dass es halt nicht verfällt, ne? Postkasten behält halt leider nur 30 Tage das Zeug und wenn du das nicht rausnimmst, dann sieht es immer ein bisschen schlecht aus. Da muss ich eigentlich so ein bisschen schauen, dass ich da ein bisschen mehr dranbleibe, weil nichts ist ätzender, wenn du einen Haufen Sachen irgendwann mal dir verarmt hast und das dann im Postkasten verfällt, ne? Man hat dann zwar, glaube ich, irgendwo nochmal die Möglichkeit, ein Ticket zu schreiben, zu sagen, hallo Blizzard, hier, da ist was verfallen, könnt ihr mir das wieder herstellen? Das machen die auch, aber da musst du halt erstmal einen GM an die Strippe quasi kriegen und das dauert halt teilweise auch schon. So, jetzt nehmen wir hier mit dem Char, das war der, wo ich hier einmal Inschriftenkunde und Alchi hochgeskillt habe. Theoretisch könnte ich mit den beiden Berufen auch Sachen herstellen, zum Beispiel hier der Agi-Trunk, ne? Der wäre zum Beispiel ein Plus, also man könnte hier manche auch mit den Sachen versuchen, Gold zu machen, aber ich weiß nicht. Ja, obwohl, hier mit dem Agi-Port, da könnte man tatsächlich Gold machen, ne? Weil der 1000 Gold im Moment kostet, das wäre eigentlich eine gute Sache. Hier Inschriftenkunde, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas lohnt. Hier die Waffen, ne? Die sind relativ teuer. Die könnte man auch herstellen. Aber gut, wie gesagt, ich habe die nur mal hochgeskillt fürs Achievement, was anderes haben wir nicht gemacht. Und ich habe einmal, wie ihr seht, die Sachen, die übergeblieben sind, vom Skillen ins Auktionshaus gehauen. Und dafür, dass ich sie nur einmal reingehauen habe, haben wir 33.000 Gold zurückgekriegt. Also ich habe insgesamt investiert 69.000 und knapp die Hälfte habe ich jetzt schon zurückgekriegt für die Sachen, die ich hergestellt habe zum Skillen. Also, wenn ihr so wollt, haben wir jetzt nur 36.000 quasi für Skillen ausgegeben und ich habe ja noch Zeug über, ne? Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die restlichen 36.000 ausmachen. Aber vielleicht nochmal 10, 20k oder so decken. I don't know, wie viel es genau ist. Dann kann es sich vielleicht doch lohnen. Wollen wir hier einfach mal base-mäßig das ganze Zeug reinhauen? Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Hauen wir das mal noch weg. Stellen wir das mal nochmal ein, eventuell. Also es ist bei solchen Sachen, wo ich jetzt nicht genau weiß, wäre es wahrscheinlich cleverer, nicht einfach mit dem allgemeinen TSM-Filter das reinzuhauen, aber keine Ahnung, das ist jetzt alles nichts von großem Wert. Einfach rein, Hauptsache weg, ne? Weil das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Können wir mal gucken, was TSM dann sagt, was ich an Item Value drin habe. So ein grober Anhaltspunkt ist das, ne? So, jetzt schauen wir mal kurz meine Aktionen. Es sind halt genau 36.000! Also, sollte ich das verkaufen, dann habe ich genau mein Gold wieder drin, ne? Das gibt es doch nicht. Was ist denn das für ein Zufall? Es ist ja genau die 36k-Differenz. Aber gut, es sind hier auch ein paar Transmog-Sachen drin, die ich so noch hatte, ne? Aber okay, lustig. Dann wäre genau das Skillen auf Null aufgegangen, wenn ich das verkaufe. Aber es sind teilweise Crap-Sachen, die halt keiner kauft, ne? So, das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist einmal auf meinen Hunter gehen. Dann kann ich nämlich das restliche Gold, was ich rübergeschickt habe, noch rausnehmen. Und dann sehen wir nämlich, auf wie viel ich overall gekommen bin. Ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Der Ladebiken dauert da halt immer 5 Jahre, weil ich halt so Addons wie All the Things zum Beispiel drauf habe, sowas, ne? Das zieht halt übelst Traffic und solche Geschichten wie Alkoholik, die halt praktisch sind, auch um so Goldwerte zu sehen und andere Geschichten. Da kannst du halt hier alles angucken, was die Chars auch in der Tasche haben und wo was rumliegt. Das ist sehr, sehr praktisch, vor allem, wenn du so viele Chars wie ich hast. Aber dann hat man halt auch genau das Problem, dass so ein Ladebiken halt mal eine Minute durchlädt, ne? Also wenn man viel hin und her lädt oder viel hin und her lockt so rum, dann sollte man am besten diese Datenfresser vielleicht ausmachen, sonst ist man mehr am Warten als am Spielen tatsächlich. Das ist immer so ein bisschen blöd. So, wo steht denn der rum? Oh boy! Oh boy! Nein, 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 ich weiß, wo du rumstehst. Aber du bist, du bist ein Hunter. Hat der kein Totsch denn rausgezogen? Oh, das war knapp! Okay, mit dem habe ich anscheinend hier das Mount noch gefarmt, ne? Malkorak, der kann ein Gaul droppen und da habe ich den Chars stehen lassen. Ja gut! Da lebt er gefährlich. Ich habe nämlich am Anfang von der Expansion meine kompletten Twinks nach Maldraxxus porten lassen. Ich habe da mit ein paar Leuten eine Gruppe aufgemacht, Ruhestein rüber, oder mit einem Portstein von einer Instanz alle rüber porten lassen, die Mounts gefarmt, aber die habe ich mittlerweile alle. So, jetzt können wir mit dem das Gold noch rausnehmen. Das waren jetzt einmal 4 Millionen und einmal die 300.000 und dann haben wir nämlich jetzt auch einen Endstand und zwar der Endstand sind 37.354, das können wir jetzt eintragen. 37.354 und da sind wir dann bei einem Plus von 3,6 Millionen. Ist jetzt für die für die zwei Wochen nicht viel, aber besser als nichts. Wir haben ja auch ein bisschen was ausgegeben für Alchi und Inschriftenkunde. Und jetzt sind wir overall bei den 47 Millionen Gold. Heißt, wir kommen unserem Ziel, was ich mir gesetzt habe, dass wir mal 50 Millionen jetzt erstmal wieder haben wollen, bevor wir es ausgeben. Relativ nahe. Vielleicht jetzt noch, naja, nach zwei Wochen könnte es drin sein, wenn es jetzt so weiter geht mit den Verkäufen, haben wir dann beim nächsten Video vielleicht die 50 Millionen geknackt. Gut, damit sind wir eigentlich durch. Ich verabschiede mich jetzt für die Aufnahme an der Stelle und wenn ihr das nächste Mal beim Gold-Tagebuch wieder dabei sein wollt, schaut gerne rein. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.